Edmund E. Die Jäger ist ein österreichischer Schauspieler und Theaterleiter, der vorwiegend in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich wirkt. Leben Edmund Jäger studierte Schauspiel am Mozarteum in Salzburg. Er war unter anderem bereits tätig am Landestheater Salzburg, Schauspielhaus Graz, Staatstheater Darmstadt, Staatstheater Kassel, Volkstheater München, Kleines Theater Salzburg sowie bei den Wiener Festwochen. Im Jahr 2003 hat Edmund Jäger zusammen mit Richard Saringer die Komödie Salzburg gegründet. Ziel ist es in Kooperation mit anderen Bühnen vor allem zeitgemäße und aktuelle Dramen zu realisieren. Neben dem kleinen Theater Salzburg gab es bisher eine Zusammenarbeit mit dem Posthof Linz, dem Stadttheater Brunneck und dem Theater der Altstadt Meran. Filmografie Salzburger Nockerl-Regie Berthold Mittermeier Episodenrolle Zigeunerleben-Regie Susanne Zanke Nebenrolle Die Leute von Sankt Benedikt-Regie Susanne Zanke Episodenrolle Schwarz-Rot-Gold-Regie Theo Metzger Episodenrolle Julia Regie Holger Bartel Episodenrolle Taxi für eine Leiche Regie Wolfgang Murenberger Nebenrolle Ein Fall für zwei Regie Rüdiger Nüchtern Episodenrolle Kommissarex Episodenrolle 2003 Dreinschlag-Regie Marco Kalantari Hauptrolle 2003 Welcham-Home-Regie Andreas Gruber Rolle Angerer 2003 Angerer 2003 Guardet-Secrets-Regie Chus-Erbös-Zürmen-Jee Rolle Der Bürgermeister 2004 Mein Mörder-Regie Elisabeth Scharrang Rolle Herr Glanzar 2006 Ainoa Regie Marco Kalantari Hauptrolle Anatole 2007 Dornrösschen Regie Arend Akte 2007 Sokodonau Regie Erwin Keusch Episodenrolle 2007 Der Winzerkönig Regie Der Winzerkönig Regie Claudia Jübner Jonsdorf Episodenrolle 2008 Löwenherz Regie Katharine Radam Hauptrolle 2008 Vier Frauen und ein Todesfall Regie Wolfgang Murenberger 2009 Die Rosenheim-Cops gefährliche Nachbarn 2011 Der Kardinal Regie Andreas Gruber